Viranjhasana I, auch genannt Viranjhasana A, ist die Stellung, die dem Viranjha gewidmet ist. Viranjha, auch Viranjhi genannt, ist ein Name für Brahma. Brahma ist der Schöpfer. Viranjhasana soll deine Schöpferkraft erhöhen. Ein Fuß ist im halben Lotus und der andere Fuß ist hinter dem Kopf. Damit hat die Stellung große Ähnlichkeit mit Omkarasana, eben der Omstellung.